3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Marmelade, Marmelade. Komm, zeig's nochmal, Bruder, bitte. Vorne ist noch einer. Was ist das, Typ? Ach, Bruder, hier, Kuss. Meinst du aber nicht den 31er, Bruder? Bruder, Kuss geht raus. Meinst du auch nicht den 31er, mein Junge? Bruder, wie er sich das einfach ganz, ganz genau angeguckt hat. Aber... Ja, laufen wir jetzt... Ne, hier in Lutrop, Bruder. Das war ja ein Dings. Oh, Bruder. Beste Love Story ever, Mann. Ich lieb sowas ja, ne? Richtige Love Story, Bruder. Mir ist auch egal, ob ich für Teaming dafür einen Bannkassierern kaufe. Wir haben einen neuen Account, Digga. Bruder, komm, da ist nix. Und was macht der denn da? Hä? udierar hat es nicht im b acquainted mit. steckt, Digga. Der hat aber mega geleckt, Bruder. Was macht mein Schatz? Wo ist er... Bruder, er ist auf jeden Fall übermotiviert. Heidelan! Jawoll! Der ist so süß, Bruder. Der ist so fucking cute. Er findet es richtig lustig, Bruder. Yippie! Yippie! Geil! Ach, herrlich. Der Typ ist so cute. Oh, herrlich. Ich habe lang nicht mehr so etwas Süßes entfohlen. Nee, Bruder. Komm mit! Er hüpft da immer noch rum. Oh, mein Gott. Bruder, er feiert so extrem. Er hüpft. Hier, komm mal her, hier. Kollege. Der macht da den Dings, Alter. Den 31er. Pass auf, pass auf, pass auf. Er fokussiert sich nur auf dich. Bruder, überlebe. Überlebe! Ja, er schießt zurück. Mach nicht den 31er. Wo ist die dumme Sau? Da ist er. Ey, du Arschloch. Besser ist das. Du hast meinen Kollegen angefasst. Bruder, ich bin's hier. Wo ist mein Engel? Nein. Wo ist er hin? Bruder. Da vorne, ist er das? Nein, das ist er nicht. Nein, er ist außerhalb der Zone, glaube ich. Wo ist er hin? Ja, er hat den Busch benutzt, oder? Ah, gute Taktik, mein Jung. Ich hab nicht mal einen AR, Bruder. Oh, der macht wieder so Action-Jackson-Digger. Er hat. Hat. Ja, das ist auch jemand anderes. Wo ist mein Schatz? Hat er ihn erschossen? Nee, das ist nicht sein Lud. Nein, er ist gestorben, oder? Oh, Mann, Alter. Ja, das ist schon mal. Oh man, das wär scheiße, Digga. Jetzt will ich auch in den Tod, Bruder. Ey, mei ich diesen... Juhu, Kuckuck. Du Arschloch, Alter. Nö, nö, nö. Ey, guck mal, wie ernst er macht direkt, Bruder. Nein, wo ist er hin? Ich glaube, er lebt noch, Bruder. Ich glaube, er lebt noch. Replay werden wir uns auf jeden Fall gleich angucken. Auf jeden Fall. Ich hab nicht mal eine AR, Alter. Das wäre so eine schöne Vorstellung, wenn er gleich irgendwo rausgelaufen kommt als Busch. Och man, er ist nirgendwo. Wo ist der Busch, Bruder? Bruder, bist du's? Hier drinnen vielleicht? Mann, ey. Glaub den Scheißtypen, den ich da gehatchottet hab. Der hat ihn geholt. Der hat den 31er gemacht. Wenn man dich alles täuscht. Ist er etwa unten drin, oder? Oder was? Na ja. Ja, moin. Kein Fallschaden. Beste Leben, Digga. Muss noch mal kurz ein bisschen außerhalb der Zone gehen. Noch unbedingt fucking Material, Digga. Ich hab immer noch keine AR. Ey, mal live. Ich bin auf jeden Fall wirklich in der Baba-Position. Von wo, Digga? Ist das der Busch da oben? Hä? Wenn der jetzt der Gegner ist, Digga, dann dreht... Nein, das wird er mir nicht antun, Digga. Lol. Nein, das ist er nicht, Digga. What? Komm, den Puschen wieder scheiß drauf. Du brauchst einen Hack, Bruder. Ah, ja. Digga, du bist ja so... Also, der war wirklich lost, sein Uronkel, Digga. Das könnte der Bruder von ihm gewesen sein. Oh, das ist eins gegen eins. Lul. Lul. Der war... Also, der Gegner, Digga, war einer der lostesten Gegner, die ich jemals erlebt habe. Der andere ist da oben. Der Gegner hatte ja auch kein Holz, ne? Kein Holz, Bruder. Dann habe ich irgendwas noch, was ich mitnehmen sollte. Ne. Ehrenbruder Scar habe ich. Ich muss auf diesen scheiß Berg, Digga. Uh. Ehrenherbert. Ja, da oben ist er. Hab ich seh ihn. Ich bitte jetzt nicht überlegen, wie ich hier am besten pushen kann. Ah, der macht hier den Dings, Alter. Läuft. Das ist ja, also, die Olch ist auch lost. Oh, die Süße kommt jetzt auch noch. Oh, du Süße. Ja. Oh, dann muss ich noch hier den Sieg vermachen. Wohl, Digga. Wir haben sogar... Wir haben really noch die Runde gewonnen, Alter. Für unseren besten Freund. Freunde. Werde das gedacht, Digga. Für unseren besten Freund. Hehehe. Geil, Digga. Ja, boin, die Süße schon. Hehehe. Bruder, für dich habe ich den Sieg geholt. Auf Ehren, Bruder, war es. Jetzt gucken wir uns leider mal in einem Replay an, was er gemacht hat. Tch. Er ist so süß, Digga. Er ist wirklich so fucking süß. Jetzt wollen wir mal gucken. Er ist auf jeden Fall gestorben. Da wollen wir mal schauen. Wie ist er gestorben, Bruder? Das ist jetzt ja die Frage, die wir uns alle stellen. Wie ist er gestorben? Guck mal, da ist er die ganze Zeit rumgehüpft, Bruder. Ah ja, da ist der Ehren, Bruder. Tch. Und jetzt wurde er auf einen 30er angeschossen. Oh, er hat aber gebaut. Er hat aber gebaut, Digga. Wurde er jetzt von dem anderen geholt, oder was? Nee, er wurde von dem nicht geholt. Ach, der John Wick hinter ihm hat Auge gemacht, glaube ich. Nein. Er hat aber nicht den Ehren, Bruder, Mupf, gemacht und auf mich gewartet. Er ist einfach weggelaufen. Zusammen hätten wir das gepackt, Digga. Zusammen hätte ich ihm seinen ersten epischen Sieg geschenkt. Ja, Moin. Besser nochmal looten, Bruder. Jetzt weiß er nicht, wie... Ja, Moin. Hi, hi, hi. Ah, ja. Ah, er war das mit Impulsgranaten-Livestream. Ich habe das nämlich kurz gehört, dass er Impulsgranaten benutzt hat. Nimmt er jetzt den Busch? Nein, er nimmt nicht den Busch. He, 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 ja. Baba-Tüb, Digga. Den hat hier der Typ. Ich wohnte. Ich habe ihm geschenkt, Bruder. Ist er von der Zone gestorben? Digga, wie komisch das aussieht mit dem Busch. Hier. Kein Aktiv, Bruder. Bruder. Er ist der beste Mann ever, Bruder. Da ist er vor dir. Nein, er hat ihn nicht gesehen. Wer hat ihn jetzt getötet? Nein, der John Wick hat ihn getötet. Er wollte mich ehrenbrudermäßig beschützen. Guck mal. Guck mal, er hat alles gegeben. Geschneit. Ja, er war bester Mann ever. Haha. Und der Arnos, schaut mal hier. Der Arnos hat da zwei getötet, Digga. Aber. Ah, ja. Haha. Da haben wir ihn gerecht. Yeah. Besser ist das, Bruder. Wie ein Profi, Alter. Ich soll vielleicht mal eine Runde mit Ninja-Zocken, damit man da nochmal ein bisschen lernen kann, Kappa. Easy. Da haben wir doch Grache verübt. Und den epischen Sieg haben wir auch noch für ihn geholt. Besser fucking ist das, Digga.